Ich bin Nikolaus Matrosewitsch, ich stehe hier vor dem Pfarrhaus in Tettenschwang in der Pfarreiengemeinschaft in Dießen am Ammersee. Neben mir ist unser selbstgestaltetes Adventsfenster, das mit täglich wechselnden biblischen Botschaften die Vorbeigehenden an das bevorstehende Weihnachtsfest erinnert. Die heutige Botschaft fasset Mut und habt Vertrauen. Mut und Vertrauen kann ich deshalb haben, weil ich weiß, dass Gott sich in Jesus selbst zu einem Begleiter von uns Menschen macht. Und dieses Wissen, das erfüllt mich immer wieder mit einer inneren Freude. Und diese innere Freude, die wünsche ich Ihnen und auch Euch und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein freudiges und auch ein gesegnetes Weihnachtsfest.